Die Konsonantenfolge in Stenografie, DR, DR, wird so dargestellt und als memotechnische Hilfe machen wir mal das folgende. Wir kennen ja bereits das Zeichen D. Ein bisschen schöner geschrieben, etwas so. Und das modifizieren wir. Fertig. So sieht das dann aus. Ähnlich wie wir später aus dem Stenozeichen für F die Konsonantenfolge FR gewinnen. Fr.